Ja, 4-4, die erste. Nicht ganz so laut vor dem System. Entschuldigung, zauber. Sag mal, ich muss den Kopf haben. Aber natürlich passt deine ver... Scheiße. Aber natürlich passt deine veraltete... Scheiße, nochmal routersimmkarte nicht. Aber natürlich passt deine Mikrovertragssimmkarte nicht Nerfsprachar . Warte mal dran. Aber na... Aber natürlich passt deine Prepaid-Karte... Scheiße ich habe es eben tausend mal gesagt. Aber natürlich passt deine Mikrovertragssimmkarte nicht auf deiner veraltete... Aber natürlich passt deine Mikrovertragssimmkarte nicht in dein veraltetes Endgerät und dein Brieb potkelt. erto Aber natürlich passt deine Mikro-Fataxi-Inkarte nicht in ein veraltetes Endgerät und Prepaid-Guthaben ist natürlich ebenfalls nicht vorhanden. Aber das war ein zweites wahrscheinlich. Scheiße. Aber natürlich passt deine Mikro-Fataxi-Inkarte nicht in ein veraltetes Endgerät. Scheiße. Aber natürlich passt deine Mikro-Fataxi-Inkarte nicht in ein veraltetes Endgerät und Prepaid-Guthaben ist natürlich ebenfalls nicht vorhanden. Fakt! Kannst du es natürlich? Aber natürlich passt deine Mikro-Fataxi-Inkarte nicht in das veraltete Endgerät und Prepaid-Guthaben ist ebenfalls nicht vorhanden. Dann ist es abgelehnt aus. Ja. Aber natürlich passt deine veraltete... Aber natürlich passt deine Mikro-Fataxi-Inkarte nicht mehr in ein veraltetes Endgerät und eben... Hör auf damit, Danny! Doch, das war richtig. Hör auf damit, Danny. Ich brauche jetzt echt deine Hilfe. Moment mal. Und bitte. Aber natürlich passt deine Mikro-Fataxi-Inkarte nicht mehr in dein veraltetes Endgerät und Prepaid-Guthaben ist ebenfalls nicht mehr vorhanden. Ja. Danke. Aus. Bauch. Bye bye. Großch. Da das ist doch so.